Vandellische Staub ist der Moralische Familienschutz und was ist unsere Abgeordnete. Der Anfang, weil ich von den Mann eigentlich als der Schutz in der Haupt- und der Familie. Die Vordergröße sein als der Schutz in der Haupt- und der Familie. Wir wollen mit dem Thema da an, was wir aus Männer tun können und wo auch wir sind, dass wir die Autorität kriegen, wirklich in Schutz in der Haupt- und der Familie. Wir wissen, Gott hat eine Aufmerksamkeit angezettet und er geht von Bauer Baroni. Wir haben alle ein Angeborenes Gefühl von wie gleich eine Anleidung zu haben, wie gleich eine Aufmerksamkeit zu haben. Wie Menschen sind, ist das gemerkt, denn Gott hat eine Ordnung dabei, wo wir leben können. Und das ist ein Punkt, was uns in der Reich hat oder uns die Aufgabe verantwortlich hat, in Schutz zu sein, ob diese Welt für unsere Familien, für unser Leben. Und hier kommt das vollständig mit an. Und moralisch denke ich auch, dass wir wirklich das weit in das Vortop und all diese Dinge. Und da werden wir von daher auch noch ein bisschen Zeit machen. Wir haben das zu betrachten und viele verschiedenste Wege, wo wir das nun schon kennen. Wir haben sich das an das viele Dinge, wo wir mal erkennen, dass da verschiedenheiten sind. Und natürlich, jeslich, seilisch und auch fleischlich können wir sein. Ich habe das hier sektional. Das ist natürlich. Erstens in 1. Timotheus 2, 8. Das war jetzt zum Anfang. Wir werden uns ein bisschen anloten, dass Paulus hat geschreven an Timotheus, was wir ihnen sagen. Und hier auch, weil wir verstehen, dass wir aus ihnen noch Gottes Ordnung haben, auf diesem Abend sind wir verantwortlich, das wieder zu drehen, das zu drehen, dass wir in 1. Korinther 11 klar sind, dass sie früh sind und unser Gott wie sie sind. Am Gäselje säilisch können wir sein, seit die Krebs des Mannes sind. Und wir finden auch die Abgabe in der Bibel von den Frühen, was die zu tun haben, am Gäselje. Das ist nicht, dass wir die Rüttunenden seien, sie sind nicht verantwortlich. Das sind so ein Gläubiger, das ist hier dran, wo sie seien, die Frühen sind mal so eine halbe Säule. Die wurden durch Kinder geboren, waren die säilisch geworden. Aber ich finde das eine Schrift anders, die sind vollständig in der Säule, wo Gott, oder wo er mit Gott, der seine Heil wiederbringt, seine Zeugnisse wiederdreht. Aber besonders war er für diese Ehe, dass die Untertäglichkeit, was Gott geplant hat, ist hier zu finden. Die Verantwortung, was Gott geplant hat, ist hier zu finden. Erste war, wenn wir denken, dass wir Männer beten zu allen Orten, in allen Städten. Das Wort meint das, wenn wir aus Männer alle alle bereit sind, ob jeder steht, um zu beten. Wir sind verantwortlich, wenn wir in Schutz zu sein, vor der Familie am Gebet. Könnte mit Gott. Das sind wir verantwortlich für uns, wenn wir auf dem Highway sind, und wir haben Trouble, oder was auch immer. Da passiert irgendetwas, wir sind verantwortlich, das Ding zu tunen. Reiz ane zu beten, reiz ane zu antworten, reiz ane zu antworten, ob jeder steht. Wie der, wenn ich besitzt und wachte, na jo, vielleicht wird meine Früh beten. Da sind wir verantwortlich. Und dann sage ich, dass man heil dir hängen. Und da haben wir heute in eurer Klasse von, wenn wir Männer nicht heil dir hängen haben. Ich sage, wenn wir nach einem Sack voll Troubles auf unsere Gedrehe und dann sind unsere Hängen voll. Wir haben das Bild hier, wo einer geht mit seinen Sack auf der Schule und auf den Bett hängen, dass das fast ein Dreiz der Troubles. Gerade so ist das, wenn wir nicht heil dir hängen haben. Wenn wir wirklich voll Troubles und voll Eier richtig sind und ans Fleischl gelassen haben, dann sind unsere Hänge fast. Weißt du, dass wir gerade nicht reiz an dem Bett hängen. Und wenn es sagt, dass wir alle heil dir hängen abheben. Was meint das? Reiz ane zu schaffen. Bloß natürlich gedacht. Wenn ich eine Hand wiese, das ist das, dann hef die ab und sage, hier sehe ich. Vor der Früh ist, dass ihr ein Tekken von Helm, ja? Aber wenn ich mit den Füßen wiese, das ist das, dann hat ihr ein anderes Tekken. Und das ist das Unterschied, was ich hier sage. Wie soll ein Heil dir hängen abheben, was er aufsend ist und helpt da. Man hat eine Autorität von der allmache Kraft, wo wir wie ans Schütze haben, und ihr Gottesamt. So eine Hänge will wir abheben. Das Nächste ohne Zorn und Troubles. Ich wundere manchmal, warum da Zorn hier bei uns ist. Ohne Zorn und Troubles. Geloten. Wenn wir heil dir hängen, wird er nicht zornig sein. Er wird nicht doll sein. Dann sind die Hände, das ist das, was ich groß weiß. Und wir dürfen nicht trübeln, was ich sage. Wir können keine Klarheit haben. Und das ist, was wir als Männer verantwortlich sind und solle weit sind. All the way. Hier ist auch ein Ding, wo ich finde, von uns Schütze aus Männer, aus Familie zu sein. Irgendwo, irgendwo sind wir, wo wir raufgekommen von das. Wie Männer, als diese Männer nicht gekommen sind. Wie Männer sind sehr blij, um wir zu beden. Sogar wenn wir kranken vor uns besuchen. Wo es neidisch ist, dass wir beden, 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 dass wir nicht. Wenn wir nicht wissen, ob wir beden, dass wir beden. Also dieγose, die Achse, die Predages, wenn die kranken besuchen sollen, wir waren Küst für die beiden. Wenn ich den Vaterunser sei, würde ich an die denken. So hier sind wir auch vertweifelt in unseren Geschichten. Wir haben nicht gehalten, wir sind gebungen mit irgendetwas. Wir haben nicht klar heute über diese Sache, was Gottes wird lehrt und was anhalt es von beiden. Wenn ein Kind krank ist. Oh, das hat bloß die Rippe mal eine Pelle angegeben, jo. Wir haben das erlebt, dass wenn ein Kind krank ist, ein kleiner Kind, was ganz arschlich ist, wenn ich gehe und lege meine Hand auf ein Böckchen, auf ein Bett, dann schlafe ich das an. Das hält. Das ist ein allmachiger Kroof, und diese hält die Hände abheben, und beten ohne Twiwel. Das ist der Doktor. Denk wieder an, dass jede Heilung, was passiert, der braucht wie Gottes genug. Die braucht wie Gottes Kroof. Wir kennen den Doktor vor, dass es auch geht, ob eine Heilung passiert, der euch, was Gott toll hat. So als es in der Bibel lesen, in der Bibel lesen, Erklärungen geben, mit früheren Kindern taub, sind die Männer verantwortlich, dort anzuleiden. Auch ein Ding, was auch sei, was uns fehlt, abzuwecken, dass wir wirklich diese Bibel nehmen, ans Buch nehmen, von wie Gottes Wort lesen können, jo. Wo würde ich von der anwenden, wenn die Bibel nicht wieder? Oh, vielleicht würden meine Eltern mich vertelt, aber wo kann ich mit der Stimme, wenn von 2000 Jahren direkt bloß die Eltern wiederverteilt. Wo kann ich gestimmt, da wird ich wiederverteilt. Und ob man hier Ferien zu tun, wenn ich Geschichte vertelt, von meinen eigenen Sachen, was ich gedauert habe, ich will nicht garantieren, dass es stimmt, wenn sie konfiert werden können. Und wenn ich, ich mag das manchmal, wenn ich in die Geschichte verteile, und verteile, und verteile, aber einmal, sei die Kinder, da ist es anders. Ich verteile dem, in die Geschichte von uns, ein Junge, was er hier drin hat. Der macht mal einen Donut, auf dem Hof, dann sind 30 Jahre wieder. Und ich verteile, wann ein Junge das ist, nicht einmal sei, es ist gut, so, das wird er anders. Wir wollen nicht alles behalten. Ich kann niemals weitlegen, aber ich dachte, dass wir da. Und so steht da, wir brauchen das Wort Gottes zu lernen, wir brauchen das Wort Gottes zu lezen, wenn es das blieft. Und wenn wir versuchen, die Dinge zu tun, das schuldet, das geht wahr. Hier schneide ich das Wort Gottes an, dass wir das Verstehen können, und wieder in die Brücke machen davon. Die dürfen sich nicht bloß an unsere Wirt holen, die können sich durch den Jesus Gottes und das Wort Gottes holen, und dort wird er es wieder lernen. Hier ist ein Neu-Gedink, dass wir als Älter, als Vorder, an unsere Kinder, eine Gottesfrucht lernen. Es ist noch ein Ding, was wir verantwortlich für sind, dass jäßlich an unsere Kinder werden ab dem Grund, Jesus Christus kommen. Auch ein Ding, was wir machen an unsere Männer nicht, wir haben sehr vieles, dass die Kinder selber gehörsam sind, aber die 40, 50 Jahre alt sind. Wir hören mal ein paar Lied, die an uns kommen, an Rote Frauen, und die werden nicht sehen, was sie mit ihren Jungen sollen tun. Die bleiben immer so lange wagen, sie haben so lange gebeten, sie haben wie ein Drinker, kommen wir in die 2.00 Uhr in den Haus. In die 3.00 Uhr kommen, die Jungen haben in die 4.00 Uhr mit den Füßen vertiehlt, wenn sie die Schledel haben, hat sie in die 4.00 Uhr nicht geloten. Well, ich forscht, woher wir, die Mama sieht, sie bleift immer ab, aber es gibt zwei Nachbarn, die tüßt wir. Wenn sie wir verantwortlich für den Jungen, über den Füßen, ich wollte, das ist der Jungen, dann saß er 40 Jahre. Well, wie stellt er mich an? Der hat den Jungen nicht losgeloten. Der hielt er den und er hängt. Und hier ist es nötig, dass wir unsere Kinder übergeben, wo sie hören hören. Wenn die ist älter geworden, wenn die ist verantwortlich geworden, hier war er, weil ich nicht kriege, das soll sein, aber es nötig, dass wir älter, unsere Kinder, eine Verantwortung übergeben. Ich sage immer, wir haben die Sohn von 18 Jahren, das war das gesatzhaft, ob das kriege ich oder nicht, wenn ich die Sohn mit dem zu sagen möchte, ich würde das wieder herstellen. Wenn es bloß von unserer Erfahrung mit unseren Kindern, die wir erlebt haben, mag das, dass unsere Kinder endlich von 20 Jahren eine Wechsel machen, von 25 nach einer Wechsel machen. Sehr viele Männer, die nach nicht 25 Jahren sind, die machen sehr interessante Fehler in der Zeit. Ich habe sie eine von euch. Ich habe ein sehr deep Belebnis, ungefähr von 25 Jahren, wo ich wirklich mal erinnern konnte, dass ich Gott aus meinen Haarbrücken, Jesus aus meinen Haarbrücken in der Zeit und vorher haben wir auch sehr interessante, ich kann sagen, es ist ein 10-jähriger Fehler von 22 Jahren. Und mit der Arbeit, was wir hier tun haben, wir haben sehr klar, dass Menschen wissen, dass das Verstand verschieden ist, wo sich. Und andere Künstler, sehen wir uns, dass ein Kind von 12 bis 20 Jahren das Verstand entwickelt, verschieden. Die können von 18 Jahren im Verstand noch zusammenstehen mal nähen sein, und von 18 Jahren zusammenstehen 25 sein. Aber mit der Zeit, so ist die Abwassen, da hat das sich entwickelt in dem Verstand da hat Allah schafft. Und, und, wenn ihr glaube, von 16 Jahren, ihr seid ein Kleck als ihr Papa, das ist nichts mehr Aarich. Das ist was fehlt, wenn ihr das Verstand ist, das ist das. Und ich habe es geplant. Anstattet entwickeln, dass wir selber besondere Driefe kriegen, in der Welt nähen zu gehen, da werden wir dann ein Thema von ihr. Und so ist es mit mir alles. Das entwickelt sich. Weit ihr, hier ist die Ursache, und das schämt in dem moralischen Leben. Und hier ist die Ursache, warum es haben alle sein, noch sein, wie die Jung zu befreien. Wenn es das Verstand ist, noch nicht alle werden, entwickelt. Sie sind sehr, sehr klug. Und Gott hat ihn sehr wundervoll gemerkt, ob er die Erfahrungen wiederentwickeln mit dieser Ding. Hier ist es nicht, dass wir alle an die Kinder helfen mit Gott. Und dann die verantwortlich machen, besonders das Jessel geput. Wenn wir an die Kinder leren, gehörsam sehnen. Und weit ihr, die Bibel, die sagt, sehr klok, als er Kapitel 3 sagt, dass die Kinder sollen die allere gehörsam sehnen. Ob er die gehörsam wird, das ist eine große Verhaltung ab, es. Dort er reint immer am Jessel ihr leben und wo ihr Gott jene gehörsam sind. Ich sage, wenn ich 18 Jahre die Entscheidung mag, Christus zu leben, dann muss die Äldre die anstelle sein, anfangen loszuloten. Das ist jene Entschiedung nu. Wenn ich 18 Jahre sind, will jemand entscheiden, was die jene Gottes leert zu tun . wird, sie gesatzen ans Horten anschrieben. Und wenn du hast Jesus Christus im Horten genommen, dem hellen jene erst im Horten angekommen, nennen die kregen von 18 Jahren, saßt hier ein Jahr, dann will leckers vor die die der Jäven wurde hell hier jes die jubben bäuer in der te do nen. Ich kann danach stöhnen die rott geben, aber du hast die Entscheidung zu machen. Ich sage, wie vor das Brücke an den Jünger loht Fehler merken, wenn es dort wird er rivelieren. Das meint nicht, wenn ein Fehler gemerkt , wenn ein Fehler merken ist, 43 genut gefallen, ich hoffe nicht bei Jünger und so ist es auch nicht bei Gott. Der ist das Fehler merken lewe, und wir erlauben, die Leute Fehler zu merken. Wir brauchen gelost zu werden. Das ist manchmal sehr schwer, wenn er ganz krank sind, die sehen, oder dachten, die machen eine Entscheidung, wo die Leute lebt worden. Aber wenn wir alle Götz sind, wird losloten, die best verantwortlich. Und wie wir auf viele Städte fingen, dass das wirklich schaffen wird, wann wir tun und sind wirklich verantwortlich wird. Der 2. Korinther 2, Paul hat ein Jettel Jaiwa dort hat Jesus eine reine Jungfrüh bringen würden. Was meint das? Der Anhalt von Paul ist, der Ewa eine reine Gemeinde dort zu stahlen, fuck Christus, eine reine Brut. Und hier sind du und auch aus Maner, wir sind verantwortlich in den End zu kommen, dass wir wirklich reine Famili durch stahlen wollen. Und verschiedenste Dinge. Das hat in Jaisel ja war , dass wir wirklich nur checken down oder an die Cenga und auch die Frau kann ein geläckiges Leben führen meine Anleiding. Was für Anleiding habe ich? Die Untertäne ist in Helgen jäst und an loszulaten. Diese Jungfrau was Paulus Iwad rein für Jesus zu bringen, dort sind unsere Familien, dort wo er anfängt. Dort wir in dieser Familie so wieder zu planten. So ist natürlich dort mehr Menschen geeft und sich befrieden und so ähnlich soll wie vor das Mom und Papa können we bet sein ganz vervoll mit an. Wie sollen nur trachten dass unsere Jungs ein reinet leben hat und unsere dachten auch dass wenn die sich befrieden doden dass die Lehm backt. Was von Lehm brückt das zum Eich Lied ein Fleisch melken? Das bloß diese Leib von Gott wird das holen dat. Und das Plan von Gott das merkt schaffen. So wenn wir dort die Riesen zwischen haben back dort nicht sind wir verantwortlich für das wir reine Jungfrüh bringen vor den Brügern. Zweitens Seilisch jäßlich habe betrachten wir seilisch mit betrachten Pfizer saß feier vor das rät die nicht um so trage die ab eine Zucht in Ermahnung zu dem Haar hier sagt es wie alle Kinder nicht zum Sorn retten Kolosser 3 21 sagt die Väter verbattert die Kinder nicht damit sie nicht bleiben worden hier sind ein paar Fahres was ich nehme für das das wirklich ein Ding ist was Gott geplant hat ab das Ere wo wir als Familie in der reine hält ihr Leben alle 4 und wie die nicht dem Sorn retten und wo die Kinder dem Sorn retten wenn die nicht wollen die Erklärung geben hier sind wichtige Dinge wo wir sollen ein Ziel machen anders dass viele von uns haben viele von uns haben nicht das Ziel dass wir alle so strofen dass die Angst sind kostrig zu sein wir haben in Versch manchmal was dem gesagt menschen fliehen vor der sind wie für eine schlange ich wollte die so mit den rüten geben dass die Angst sind war er kostrig zu sein und ich sage so dann weidste was die jafft das eine große stroof ab die leid ab wenn die das was donen und ich sage immer das woord Gottes sage dass das das ist das 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 was die bereken das was dood je mit und endelie hab dem die die doof die ging ab trai und wenn die das donen dann vormt das ganze leven noch am gesatz das was passiert hat na wat macht dann weil ich sage mal kleine chine brücken gesatz ja wenn es gesatz ist wird fleisch gemerkt dort gesatz ist dort wie die sind chane chan und ein kleine chint lehren was is in as und what is in that das stemmt wie brücken dort ever te halben aber danach wie chine an chine von junk an all die gesatz der gnade brücken und wo ich so klo fing do lied wat er chine an des gesatz der gnade ab traken do nen dort sind die chine wat got des gnode no versto chan wat meint dat das gesatz der gnade wat an ziel is en chint mat wie lehren dat jit ko hön is o man an ziel is to chint los te halpe van dat je za wat leegt dat feilt je bongen en dat zijn do want du zaast in de aft en bas want du wat aardig des jen im jzaats dat feilt stu en man ans als äldre dat ziel is dat los te halpe van dat je viel dan do wie op een andere waag strofen dan jel wie dan in verrichten an wie halpe die los van dat je zaast wat is en man wie dit ziel worden ha dan worden die chingen nicht verbeteren wat dan passeren dat is wanne we in 10 en 12 josh jent na heimel strofen maten en we dan dat strofen om dat friet te melken van die gebongen het dan is dat jent dan op dat verrijd zich dat het los wordt en weet jent wat los en cleanet feierjosh jent van dat mat aimel bakt den schrift wat des do matot die kostet nich mool berede wens so nek so dal dat jent schmod on to faan wat is dat dan den teufel retriven wie je beiden den teufel te verlot mat wat die kost dem eink laks je wop m heng reng na lad no die bros do dat nek bloudrig chilen jes no heen denk wat wie sauer klo solle ha ek glive nich an chinger blive chilen dat has chine help ek glive an chint no loten merken wanne dat so stief angeholt is dan kost du nich met dat treten kan dan saai ik maak maak sa maak 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 so kabel blok na do wanne maak dat do dan klik dat so dat wanne die kabel stief is kast jes na chau maak 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 is und das ist, was dein Kind ist. Du musst das mal ein bisschen überducken, dort vorab geht, und dann kannst du das ausdrücken, dann lass es noch. Und das ist, wenn wir doll sind. Weißt du, was doll ist? Meine Frau, die teilt noch mal den Puls, wann er mir all doll ist. Ich würde nicht an denken, was soll das? So soll ich geladen, so geht ein Foto, um, 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 und der Puls, dann wird er 130. Wo er mal so 70 sein kann. So das ist, was uns schärpert, bei solchen Kind. Wenn du da lest, dass er rein und erholt, und das wird dir jetzt so bösig, was sollst du? Wenn du mal eine plöte Hand hängst auf dem Schinken, die Schäden brennst, dann jacht das vorbeif, an der ihr fielen, dann kann er nicht helfen, dann lass es noch. Zorn essen und denken, das ist, was hier boven sagt, wir sollen nicht mal zorn in Twiwel, wir sollen mal geladen haben. Und das sind weh, wo wir Kinder gerne halten, dass sie nicht verbattern. Aber du brauchst das Kind, zu erklären, warum, wenn es das ist, wo er am Trouble. Und dann lass das los, du hörst das aus, dann kann das nur looten, weißt, dann kann es alles bereden, mein Kind. Und ich darf gleich bloß von acht Jahre, wir haben nach 16 und 18 Jahre, wo wir kriegen, weißt du was, nach 16 Jahre schon mal auch. Wir sind mal einmal fast, die fehlen auch noch mal, die hörken. Ob wir halb dort, wo die ihnen brennt, die haben im Hingering, viel mal nicht. Warum nicht? Wenn es die sind, alle, die haben mehr Verständnis, die hörken nicht, von dem Hingering geben, und sogar zusammen daunen, die Regierung da, die stoppte im Gefängnis, wenn man das zu Hause ist, ja. Aber die Leute sich nicht, von dem Jesus Gottes getroffen. So, wir würden es Leute, von dem Jesus Gottes getroffen, wir sind auch noch mal fast, was wir brauchen, wir haben das Erkenntnis, von Gott getrieben, da haben wir die Bibel geschrieben, dass wir keine losloten, von das. So, hier brauchen wir, dass wir die Kinder, nicht verbattern. Wir brauchen Verständnis, zu haben. Dort ist neidig, dass jeder Kind, von Tiet zu Tiet, wird erklärt, wo das entwickelt hat. Und, zuilische Poet, als es zu ihr neidigt, dass wir als Älder, oop sind, mittechener. Und hier würde ich gleich, hier in der Mitte zu sprechen, dass wir alle Tiet, zu wasse Tiet, jeder Kind, auf die Potschaft nehmen, und wirklich zuilisch mal nachgehen. Zuilisch können helfen. Und nicht bloß von 5 Jahren, wird er verantwortlich sein, und dann kann ich auch noch. Wo will ich das tun? Und ich will euch jungen Menschen, wenn ihr hier hört, ich will euch erklären, wo würde ich dort gehen, und wenn ihr Papa mal einmal wird sagen, weißt du was, von der will, wir wollen in ein Restaurant fahren. Ich will mit die Tiet auch mal eten, und bloß mal vertellen. Du hast keine Angst, ich will bloß mich aufmerken, du kannst sagen, was du jankert. Und wenn wir das, wenn wir so an die Jette haben, an ein Port, an der Städte gehen, vielleicht wo wir im Park, wo wir auf dem Dach sitzen, an einem Picknick-Table, sage ich manchmal, sage ich mal, sage ich mal, und dann, dort die Vorderung wird Frauen, wo geht die dort im Leben? Was hast du von Schwert? Kannst du mir dort sein? Hast du irgendetwas, dort die Fehlste von mir, als Vorder, ich dort hört, oder ich kann nicht noch Tiet verdienen? Wo ist die gleiche, wenn ich meine Tiet nahm verdienen? Hier steht Tiet, die kost mir alles für euch. Hast du irgendetwas in dein Leben in Trouble? Hast du Trouble mit Fren, dass du die wenig wird fühlst? Fühlt sich die einmal so, mir wird noch acht? Und weißt du was, so wiederauf, als du die Vorderung noch mal fragt, loat es mir alles an, wo fühlst du die, wenn ein Frenthalmang jung ist? Denkst du noch mal an? Wo ist die gleiche, rote Haar immer dort? Hast du irgendetwas, wo du immer gleiche von dir reden? Wat würd ich sagen, wenn du die Vorderung wird da? Das sind säilische Verbindungen, die wir beleben können. Und wenn das von Junckerbohren passieren wird, von fünf Jahren oder noch jünger, dann sind wir dort gewarnt und sind alle oben. Wenn du was nennen, hast du die Vorderung Schutz, dann kann ich dir den Schutz annehmen. Und ich will die Vorderung sagen, du das von der anderen anfangen, wann die noch nicht hat. Nehmt die Zeit. Ich freue mich, die Anzeichen, zusammen von dir, ich weiß nicht, ob die alle tun, aber die haben eine Jahrzehle, zum Beispiel von 10 Jahren. Dann nehmen sie den jüngeren Maal, nehmt die Vorderung, nach dem Restaurant, eet es die hoop, und dann fahren sie von einem Park, und dann sagen sie, dass sie dann vertellen, die Vorderung haben eine halbe Dage Zeit für das Kind. Und da erklärt er die Mannschaft und Freuerschaft, was das Leben hat. Er erklärt das auf einem Heiligen Wagen, mit einem Bibelischen Grund, dass das kein Schuchterbruch sein hat. Das ist wunderbar. Das ist wie die Zölische Gemeinschaft in Betrag kommen, und das wird dort von Tiet zu Tiet tun. Und ich will nicht sagen, dass nicht jeder Kind von klein alles erklärt, aber so ist das entwickelt. Und nicht bloß an die moralische Dinge, an alle Dinge. An alle Dinge. An eine Kleidie, an eine Arbeit, an ein Studieren, wo immer sie tun, dass dort ein öppnet Wort ist, eine Zölische Gemeinschaft, als eine Familie, dort ist, wo die Schutz ist, dort ist, wo wir an ihrem Schirm sind. Dredends, das natürliche Wort, habe ich hier ein Bild gemeldet, dass wir unter dem Sehenschirm Gottes gingen an diese natürliche Dinge. Auch ein Ding, was neidig ist, dass wir unsere Kinder dort lernen. Ich sage immer, wir brauchen diese Dinge natürlich an die Kinder zu lernen, wenn es wie Fingerfahrer wird klar sein, dass in der ersten Mose 1.28 es sieht fruchtbar, fällt die Wier ab, und macht ihnen, dass sie ihr Unterdun herrscht über die vielfaschen Tieren. Das ist, woran wird Gottes Lehren hat, und dass wir als Älder das wieder planten, dann an sie Kinder nehmen. Macht die Jungen verantwortlich, auch die Miales, an Ziel ist, diese Welt zu brücken. Gott will haben, wir sollen diese Welt fruchtbar machen, wir sollen diese Welt wieder drehen, vorig machen. Ja, wie würde es sagen, dort geht die ganze Welt, wir sind als Christen, sind die Sterne im Land verstärken, und so wie in der Stöhne. Steht das Versch für Christen? Ich glaube, wie Christen solle besorgt sein, ob das Ding, dort wie so eine Ding da ist. Ich schäme ihn manchmal, wenn ich an die Welt denke, wenn die Environment, wenn ich an die da hier, was für die Tiere abpast, was für die Barsche abpast. und schiebt manchmal so, wie meine nicht das ganze Tollste jähne an. Uns ist dort nichts wichtig, als wir gerückt merken, uns ist dort nichts wichtig, als wir Mehlklampus merken, uns ist dort nichts wichtig, als wir Tiere verursen, uns, oh ja, uns ist wichtig, aber nicht allem. Da wir uns hohen, so besorgen, dass Gott der will haben, da ist die Karte, so behorgen, dass Gott der will haben. Wo checkt Gott noch, wenn du mal der Karte ein paar Schauwjafs zu dir der wird, was Gott gelooft, dort soll ich an denken, so sind viele von diese Dinge, wann die Geld verbrocken ist. Was ist Geld verbrocken? Ich habe hier ein Bild von an dem Sehensschirm sein, ich habe ein Feuerwehre uitgelegt, das er hat trü, abrichtig, weisend, zufrieden. Hier habe ich Feuerwehre uitgeplant, rütt genommen mit dem Wort Gottes, was dort klar erklärt, dass wir ungewie am Sehen heran tun. Wenn du wirst trü sein, mit der Geldverwaltung, du wirst abrichtig sein, und du wirst Weisheit verbrocken, und dort werden zufrieden sein. Dann kriegt Gott von dort eine Ehe, wo du hier hättest, dass ihr das. Das sind dann, dass du 1.000 Stecker fei hast, oder 5.000 Hektar Ackers. Wenn du trü, abrichtig und weiss bist, dann bist du unter den Sehensschirm Gottes. Und wenn du eine Person bist, wo Gott die Gowie geeft, mit 1.000 Hektar Acker oder 1.000 Steck Feier, woher immer wir wollen, von der Sohle Brücken, dann sie abrichtig weisend zufrieden mit dort. Und verwollt dort trü, dass es mehr wird, dass es mehr Menschen ehten kann. Wenn dein Ziel bloß direkt war, dann wirst du an verschiedenste Troubles voll. Das ist was die Bibel sagt, dass er eigentlich ein bisschen von. Dann sagt, dass er wirklich war, dann fällt das in Troubles nah, und weißt du, Gott wird mir so gut, er nahe mich alles weg. Nee, er geht mir nicht alles weg. Ich dachte, dass wir all meinten, aber ich weiß noch nicht, ich dachte, ich würde viel zufrieden, ich weiß nicht. So wird es. Aber ich feil, er nahe mich alles weg. Ich hatte alle an, ich brachte so viel, und ich hatte so viel, dass nun wird es schoffen. Weißt du, was er koffen, nicht in die Hand. Ich habe ihn noch wahrgenommen, ich dachte, er ist eigentlich nicht rein, und, ha, du nehmst uns eine ganze Art weg, wo soll ich meine Schuld haben? Das ist wo ich bin, und da sage ich das so ganz klar, ich bin nicht trü. Ich will reich werden, ich will wiesen weg wird sein, in Reaction sein wird. Ich will die Jenseite gehen, was so ein Mensch in mir sein, meine Mama. Die sagt mir, Danny, du wirst arm sein. Und das wird es in Betracht sein. Ich dachte, dort wird es meine Brüder bewiesen, ich will nicht arm sein. Ich weiß, was Geld ist, und von 18, 17, 17 Jahre, dann wurde ich nie reif vertreten, vom Stuhl ohne Mama, ohne die Brüder gefrügt, und sah den ab, auf dem Trektor, dann sagte ich, Mama, warum du nicht die Brüder? Na, wieso wurde ich? Das weiß ich, jeder eine, wenn der reif war jung, dachte ich wüsste. Und weißt du, das weiten, das direkt an die Verbot, wo ich sage, war, 25, 26, Jahre, und dann einmal wieder alle aus, und das hat mir Weisheit gekauft. Hier habe ich ein Bild, Weisheit wird bereid. Weil wie Weisheit die da have to tun hat, wie hat uns gestiepert. Wir sind nicht bloß eine Hech, ich bloß eine Hech, ohne Stieperz. Und das weiten wir alle, wenn wir 100 hoher Tower auf Stahl hat keine Stieperz, wo wir tun. Das ist was wir tun. Er hat keinen Grund. Er ging bloß verweich, so boz ich was er ging. So das Weisheit waren wie bereid. Denken da boz nicht mit Rick worden. Da boz erhebt nicht mit die Geldverwaltung. Wie do bloß Don Gott ins Schaft. Da wir dort verwalten. Das sagt Matthäus Vers 33. Tragt es am Erste nur der Gottes, dann wird das andere Ding vor ihm zu fallen. So was meint das? Dann darf ich bloß sitzen auf Stuhl und lesen die Bibel und liegen auf den Knäu und beten und wo ich so Menschen glauben so je doll wie Christus lebe je mo ja Geld schrieben. Der hat ein Glauben das dort. Ich war ein Schick da und schna und ich glaube wir brücken alles. Und ich habe uns lewe so auf gemult da das rollen soll. Gott hat uns verstanden gegevt was wir brücken sollen. Gott hat uns ein charp a je wo wir mit Kraft hat am schaft all love an Gott. Und Gott hat noch me a man merkt das bloß me. Und wenn ich nur das Reich Gottes trage den do war erst das Reich Gottes hier waren diese feier Dinge betragen. Wie können sein das Himmel reich dort ist das Jesus gepost vom Leben und trage das am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich verstehe nicht so dort bloß mit dem Himmel reich zu tun hat. Das hat wirklich mit Gott seine Gerechtigkeit natürlich seilisch und jästlich zu tun. Das wo sich das far zum holland hat. Wir brauchen trüe zu sein und unsere natürlich arbeit und wir brauchen trüe zu sein und diese seilische arbeit dass wir diese connection haben mit unsere Menschheit rund rum so es wie so ich seht wo wir mit den Tingen sollen haben das nicht bloß in Familie das am Jeb und ich höre dass Jesus dort die Gesellschaft ist unsere Menschheit rund um uns da bräck wie auch natürlich mit vor die woher seilisch mit Gemeinschaft haben und das jäsel geport ist das Himmelreich und dann haben die Geldverwaltung ist das andere ding wo wir in trüe sein dass wir uns Geld an war den ein ding was ich wund gleich hier zu seien dort die Kinder nicht immer seien wie er nicht Geld dort ist was viel lie tun wenn die Kinder kommen und prach in wo dann sage ich davor da we kennen ich kann nicht Geld und da sind so viele vorderst die die Kinder fahren und sagen ich kann nicht Geld auf trüsten auf Dres le und wenn wir dort nicht lernen wo mit Geld um zu gehen dort immer tot ich sage wir haben Geld weil wir unsere Kinder auch leeren rechnung für das andere ding woran neidig ist dass wir wirklich diese Kinder leeren tun mit das in cent na tritt zu sein vertritt die nicht jungen und mir alles was Geld tun erklärt die wenn die Geld verbrochen schrieft ab wo die brücke tun wenn die war einen Haushalts plan merken eine mit diesen centen an gön was Gott hat an vertreten er hat ein kauf was sie getriegen hat dass sie mit doth wittvoll schaffen tun ein Haushalts plan merken ist ein sehr wittvoll dink wo mit wir können trü mit Geld an gön und hier sage ich das in 1. Mosai 1. 28 wie sie alle fruchtbar sehnen und wie alle diese Welt ungedun machen soviel von uns menschen sind wie das Geld ungedun vordas sind er Geld ungedun die hoche bloß noem Geld was sie den gingen geben die hoche bloß noem Geld was sie geben das wo sie sind einfach die nature haben got ungedun und das ist Gott sagt anders das soll uns ungedun sein wie zelle her schreven die tieren wie zelle her schreven die fashion er fail und er soviel Geld verwalt und soviel das Acker schlaunt das soll wie er harschen woran wird wie das andere und dort über uns harscht manchmal was ihr sagt Geld ist das wenigste das ist eine interessante Sache was ich habe ohne Mut da darf nicht von reden weil mein ich habe nicht Geld ist Ola wenn dort Geld Ola ist BD wahrscheinlich schenlich bist du krank ich sage manchmal krank und ohrm habt alle Tid und Jans und wenn du gesünder tschärper bist am Schauf und du sagst Mies Geld Ola dann gleich weg soll wie an die feier wird beeint und fahrt tschütje als du nicht weiss hat dann bet Gott best du antritt und gehen am kreiz best du an ab reich dich gehen am kreiz bist du zufried oder bist du nicht dann seht die zufrieden hat das ist ein Ding wo wir mit schaufe wenn es Gott haben geht die Welt have an zu haben wird wie sie alle do haushaltsplan weil ich noch ein krimbet meier von reden das haushaltsplan halbt anst anst die jungen ab gön ich habe manchmal diese klasse gejefft das ist eine dreidäusche klasse wo ich mache eine Geldverwaltung da sage ich manchmal am Anfang wenn die diese klasse war stärker dann wird die Geld nie alle worden dann wirst du immer Geld haben so viel vor als zu der früh dort ist nicht die Sache mit dem Geld do und die sind teip schuld du wirst nicht die frühere Sache du wirst nicht die tsching ihre Sache wann wie das war ich man den öbnet hat schaffende und das sind all diese Sehnung du hast den Schutz 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 schirm wo das ist noch der Mann seht mich he wir öppnamm stuh hier vor er werden schmecken und sie hat sich einige worten nur dieser klasse sie wurden abschrieben und er sagt ich beim stuh und beim cigarett pack und habe ich so mein aqua hier SIGAREN anschrieben na die konnte ich anders schrauben bruchte ich nicht anschreiben er dann meine früh hatte auch alles nicht anschreiben er sagt er wird vorbeige gön mit den SIGAREN von dem nicht schrauben das bürg wo wir sind einig geworden was wir als familie wollen holen ich wo die kind erwiesen ich kann sie gar neu schreiben nein das kann ich nicht und das zweit mal an sie wir vorhin da hat er war angestohlen und sie gar angekickt weil wir sich einig geworden ich kann das der tach lot nicht kann von der tach lot he said bloß mit des haushaltsplan worden sie gorn aufgeschrieben und weit ihr das wort in haushalts dann sind wir trü mit an sie jeld verwaltung dann mag wie was we doen wenn wir nicht abschrieben dann ist das so leicht so die teufelt bloß ha das wird keine an ich war nicht war und so geht an chips nennen sie an all das ding nennen so ist ein ding wo wir das andere ding dass wir wirklich auch die reichte schoffen wenn jedes haushaltsplan däun und ich sage manchmal die man ist gleich nicht rechnen zu ver ich verstehe das nicht weil es nicht die lehren ist wenn du nicht hast von so hier geliebt dann lehren nur von 40 koste nicht noch lehren wenn du das was mit schlapp ich verstehe nicht dann du nach ach jungen so wie du hast und mich alles dann du dem selts strom nicht halten das generational ding wo die teufel fingen mit fos holen und versäken uns und all diese last und dann bringen wir zurück wollen weil das Geld ist immer an und sind schuld wenn ich Geld habe entweder der wird tolt mich nicht noch oder sass war half mich war aufgegangen das wird immer essen das wird die teufel gelacht und wenn wir das haushaltsplan haben dann wir kommen wir dann das verweich bringen ich sage dann du verdiene jungen und wenn du nicht kannst Frau auf deine frühe die will helpen die frühe ist sehr viel betere rechnung für das wie die hat eine dacht da war die die wird mir auch interessant die hat die rechnung für die hat alles was an rechnung getan und die interessiert nicht das schwer sehen die interessiert nicht abschrieben aber einmal dann wurde sich auch einig das soll von er war sich einig das macht andere und er kann das tun für die und so einfach war dass er verstoßen können und hat wir me dacht er ak wird je leid so kauf sich ein folio wo das 10 schätselspannes sind wie sie nach den park die to melken und na man hat sie ein jelten in hus bracht dann vroeg sie ok wie viel jelten was die brücke zum eten zu geben und die die to die püden und stop sie dort schreif eten an dem folio und sie dort die jelten an und wo viel gas und alles einzelne ding kleider und huissagen alles was da wie und sagt ok dann we haben die nicht tun so das eten dort sie dann anschauen und dann kauf sie an dass die jelten das wie er da n als so das g fangt die Frau an Dann sagt er, das ist mal seine Kön. Dann fangt er und die Frau und esst dann noch Geld, das wir noch waren, das wir noch gestern fällen. Dann sagt er, so viel Geld ist hier noch. Ja, wir haben ja noch zwei Tanks. All right, dann schauen wir da, wir noch in einem Park fahren. So, da wird der Mut, aber einmal wird er ein Baus über das Geld. Dann steht er, das Geld baus, wir haben. Und so ist das, kann ich Ihnen noch viele Geschichten vertellen. Aber Gott sagt, Jesus, fruchtbar, hier ist noch ein Ding, und ich denke, wir können nicht mehr davon reden, von dem fruchtbar sein. Und wir können wiederholen, als Eltern und auch als Jugend, wenn Sie einen Planen zu befreien, was meint das, wenn Gott sagt, wie soll die Frucht abmeiden, wie soll die Kinder haben? So nennt ich das. Und das versteht wir, dass es wirklich ein Sein ist, Kinder zu haben. Oder ist das eine Straf? Bei dieser Zeit in der Welt, dass die Abenteuer kommen, und das ist ein Fluch, nicht so ein Sein. Und das ist auch ein Ding, was mir wichtig ist, dass wir Gott sehen, planen, zu haben. Oder sind so Menschen, ah, jo, die Welt ist ja voll Menschen, nicht mehr, das wird auch einmal brechen, nicht? Das ist ja auch der Teufel Menschen. Mir ist das wichtig, dass wir hier ein Abweichern tun, dass wir ein Zein. Und ich will nicht sagen, wie viele Kinder gehen, ich will nicht sagen, dass ich sie Gott trüe. Was sind Ziel ist, was man tun nicht, was die Welt tun, wie kann er diese Weltlehren annehmen, gehen da noch. Und wenn er dann bloß, wie er, an ein von unser Kinder, fragt, er glaubt, wie ist das noch weiß, wenn da acht Kinder, hast du sie geholt? Ich weiß nicht, warum nicht kriegst du, wie ist das dann? Na, wie kann er ihr dann gleich ans Leben merken? Und dann weiß ich ihm bloß noch, was er alle gekauft hat für diese zwei Jungs, die er hat. Ich sage, wenn das alle wirst, mit Feier deilen, dann hat die Jungs noch krank, so schein, dass sie ihn nicht haben. Das andere Ding, die Regierung in Canada, die tolt für jeder Kind, so viel, dass sie vorhin noch eine Karte von Mexikon, vielleicht von hier auch, wo die 12 und 14 gehen haben, und lassen sich das Geld ergeben, dass sie in Bolivien beheben müssen. Und ich sage, du glaubst, wie kann ich leben, weil wir gehen haben. Die Regierung schafft noch, die Welt schafft noch, dass alle meine Menschen sehnen, und als Christen fangen wir zu brechen, gleich, wie kann er nicht? Sie müssen uns glauben, Gott, ihr nehmt. Was haben wir von Plan, was Schriftheit? Wie machen wir mit dem Lehner? Wie kann er nicht mehr unsere Kinder finden? Ich sage, dass es eine kleine Ödrede wird, die Teufel ans Ende plant, und das. Fällt der Eid, sage ich da. Mit Menschen, dort sind Ziel, und nicht bloß mit natürlichen Menschen, mit Säulen, denkt an jeder Kind, was geboren wird, als seine Seule, wird Gott wel im Himmel haben. Und wie will er er anbrechen? Das ist Gott sein Plan. Ich will das bloß erheben, dass wir wirklich unsere Kinder leren, wo Kinder sind. Das ist eine Sehnung von Gott. Vierdens, wenn Sex sage, verbattert die Kinder nicht, und das ist auch, dass sie bleib werden. Und das ist, was viel passiert, kleine Kinder, die Sexglieder, die bedacht sind. Das sage ich, Gottes Wort, und das will wir die Kinder leren. Erste Mose 3, 21, da murt Gott Adem ein Eifer reich von Fälle, von Ladasch. Worum deit he dort, wenn sie schämde sich. So, hier ist, was wir kommen, was wir an die Kinder von Klin sollen leren, dass wir eine kleine diebrücken. An die Scham soll bedacht sein, und das hat mit Sex. Dann extra einmal haben wir all diese Rehle, was wir merken wenn die Kinder nicht sellen, an Sex den Fälle verbrechen. Dort habe lange nicht so vieles, wenn wir die Kinder erklären, was ist die Ursache. Worum soll wir begleit sein? Wie fing in 1. Timotheus 2, 1, die Frühe die soll sich kleiden mit Scham und Sucht. Ich wundere manchmal, worum das nicht für Mann ist abgeschrieben. Dort die sich kleiden sein. Wie fing so klar das was Frühe ist. Und das soll ich ganz klar sein, dass ihr eine Aufgabe an das. Dass ihr Scham soll mit Sucht gekleidet sein. Wenn es an das ist, wo die Lust entstehen hat. Und ich sage manchmal, die Ursache, warum das sagt, dass ihr gefunden hast, wenn die Männer ein Hochmüt an sich und viele städte an los werden, wo sie nicht wollen, kommen. Und dann sie sind, die frühe ist, die nüch, die antrag ist, die was. In der Wirklichkeit sind sie nicht trü, mit seien, wer sie sind. Und sage ich, mal, bring ich das, die verdäht, weil ich frühe seien, wenn die nicht gut kleiden, und das an den man lasst. Das, was er schaffen hat. Sächer und trühe man, was verbongen ist mit seiner Frühe, was wirklich Gott im Hort hat, den barret das nicht, aber das steckt an. Das ist, die Welt brüchend hat. Warum do not die Frühe sich so schlecht kleiden in der Welt? Wenn sie nicht ist ein schützender Leif, was er verlangt, die seken, seken an retten. Die seken das zu fingen. Und wenn sie das seken zu fingen, tragen sie sich so an, dass sie seien, ah, you look cool. Das ist ein Englisch Wort. Die seht schmack, die kleid seht fein. Das wird mir alles gleiche, das wird früher seht. Aber was passiert, das geht wieder und wieder, die seken und andere Tannung. Hier seht die frühe selle mit er scham bekleid sehn. Die chingen erklären, so ein Ding ist das. Ich sage immer von acht bei twaalf joh habe bloß ungefähr, dort chingen erklären, dort sie eine Mannschaft in der Früderschaft wollen, wo dort anholend hat. Wo die weteste beine nicht bloß erklären, wo jammelig das ist vor frühen, wo sie ihre Wechselung jahre triehen, no, wo herlich gott geplant hat, dort eine Erreinigung hat, gemerkt, vor frühen, um wirklich eine Frühe zu worden. Das ist ein wertvoller Ding. So mit jungen, nicht bloß die Angst machen, ja, dann kommt alle Hände hier viel in die Teufel und die haben alle Probe. Nee, erklär dir, wo herrlich Gott, die Männer merken das. And this is Versach. und sie können diese Kleidie erklären. Die sechs Glieder, die sie haben, die bedeutungsvolle sind, die können sie von einem kleinen Kind anfangen. Die Toven nicht irgendwo ans Openborn. Und, das ist mein Ding, was die Bibel noch sagt, die Verscheidung hat mich nicht abgesagt, was sagt eine Städte in der Früh, wenn die überwältigt wird von einem Jungen, dann soll die schrien, habe ich nicht mehr alles gelehrt. Was bedeutet, wenn die schrien? Weil, wenn sie mir alles dann schriecht, dann wahrscheinlich wird die Jungen abwecken, wenn es die Welt nicht hat, dass sie schrien soll. So, das ist ein Ding, was die Bibel lehrt, was wir unsere Kinder lernen. So kann ich eine siebenjährige Tochter lehren, wenn andere Jungen nähen, zehnjährige Jungen kommen, hey, wir haben Rockjopper oder whatever, dann lehrt die dort, wenn dort passiert, dann schrie, was sie schrien können. Das ist ein Weg, wo sie sich beschützen können. Und das ist ein meines Ding, was wir lernen können von clean on. Ab ein helles Jahr, ihr lott nach Wach. Wieder, wenn die noch alle waren, dann erklärt die, ihr, je viel, was sie haben. Wo ich fehlklasse von rede, das sechs, je viel, was Gott uns geben hat, erklärt die Jungen, was sagt, die mir alles dort, wo das ist, und dort sind nicht derwe Angst, und nicht derwe mit dort anfangen, zu spielen, auf dem teuflischen Weg, und verdorben das alle. Da sind so viele Jungen, was von acht Jahren, mit der Tochter, haben wir alles auch. Nicht bloß Jungen. Was mit der Tochter, die waren, sich nah an eine Selbstbefriedigung, Selbstsucht. Das war das erst, und wenn ihr nicht losgehalpe Wort davon, und gönnt dem bei ihnen heinen, dass es so viele teuflische Dinge passieren hat. Das ist nicht leid, das ist eine Last, was ihr driebend hat. Und halb die Kinder, die von Jungen, dass sie weit in Wort ist. Und wahrer, ich will ihnen gleich bloß grüllen, wenn hier so eine Menschen sind, wo der Mank verbiest hat, oder der Mank leben daunen, ich will ihnen sagen, ich kann losgekommen davon. Möcht ihr noch etwas ober, um ergens verletzen, wo ihr vertrauen seid, sag, wo ihr Promise. Und dann wollen wir dort Spezialisten dringen, und bieten dafür, eine Erklärung geben, in Einzelheiten, die die daunen moeten, loszukommen. So ist es mit alle Romanen, dass die wirklich, Mann und Frauen, was in diese Träumbles sind, wir breaking diese seilische Gemeinschaft an, damit wir immer wenn die Firma. So lange wir bloß natürlich tot bleiben, dann passiert das nicht. Und so kennenί, Jungs, und mir alles. dass ihr wirklich den Anhalt betrieben von was Gott geplant hat für euch und ihr eigenes Leben und dass ihr das nicht so behandelt wird, als ihr es seht. Ihr warst so voll bei 20, 25 Jahren. Und wacht mit diesem Ding da, dass ihr voll gewesen seid und Gott kann euch sehen mit euch. Wenn ihr euch alle seid, dann erklärt euch und mir alles diese Entwicklung, die Menschen gebt. Und die Rennlichkeit und auch an, was sie daunen chänen am Maia-Chinge-Hara-Wenja-Chinge, wie wir euch von reden daiden, erklärt ihnen, dass das ein Sehen ist und was sie daunen chäne daunen dort ein Sehen ist. Das ist die Äldre, die er abgehoeft. Es sind so viele, die befriedigt sind und sagen, sie hat keine Erklärung getrieben. Nichts. Und ich bräuchte das Beispiel, was ein Prediger meemal, sagen, so viele, als wir in einer Feihach sind. So viele Erklärung, das alles was sie getrieben hat. Weet ihr was, wie Menschen sind Maia-Aus-Fei. Wir haben eine diepe, zuite Gemeinschaft, was in verglichen mit dem Himmel was, was wir hier leben können. Und das haben wir das zu tun. und das hoffen. Das heißt, das ist die die mit dem Himmel zu uns, dann ist es das zu tun. Und das hoffen, Und das ist die Aber das ist die die nicht die Vielen Dank.